Aus Herzberg am Harz, der sonnigen Südharzmetropole und Esperanto-Urbo, gibt es auch die eine oder andere lustige Anekdote zu berichten. Und zwar verhält es sich hier so, dass wenn man durch die Straßen läuft, man auf dem Boden ab und zu ein X sieht und zwar bei Gullideckeln. Und man denkt natürlich, hey, da ist ein X auf dem Boden, da muss ja jetzt der Schatz liegen, wenn man das so von Piratenkarten kennt und anderen Schatz suchen. Und mit diesen Xen hat es natürlich eine Bewandtnis. Hier haben wir so ein X auf einem Gullideckel. Einst durften die Mitarbeiter vom Bauhof in Herzberg am Harz, die sich fleißig um die Stadt bemühen, wofür wir ihnen alle sehr dankbar sind, mit einem Wegelchen umherfahren und mit einer kleinen Flex die Gullideckel mit einem X markieren. Da fragt man sich natürlich, was hat es damit auf sich? Und es ist einfach so, dass es hieß, dass es Banden gäbe, die diese Gullideckel einsammeln und als Altmetall verkaufen. Und um die eigenen Gullideckel wiedererkennen zu können, sollten sie verschwinden, wurden die Gullideckel mit einem X markiert. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.